Was versteht man unter Kundendienstpolitik? Was versteht man unter Kundendienstpolitik? Kundendienstpolitik bedeutet gezielt zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Und diese zusätzlichen Dienstleistungen haben das Ziel, den Kunden zu gewinnen, also um den Kunden zu gewinnen und auch vor allem um den Kunden zu binden. Kundendienstpolitik bedeutet also gezielt, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten mit dem Ziel, den Kunden zu gewinnen und den Kunden an das Unternehmen zu binden. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.